Ich bin Russen-Frau-Zellen. Wir sind nie auf den Intellekt, Emotionen und Simone gebunden, als sie uns verwirklicht werden, dahingehend, wenn das stabiliert wird. Als zugewinn, als der eigene Russen, als zugewinn. Und nicht der Rest gewinnt, wenn sie zugewandt sind, oder an irgendwelchen Kostoborchen und anderen Ansätzen. Dass er solle, tagtäglich herzuscholen, in ihrer Familien, in ihrer Umgebung waren. Woche für Woche, Jahr für Jahr, immer mal. Ich ziele, logisch bezogen auf europäische Kostoborchen, oder gesellschaftlichen, staatlichen, oder sonst auch mal für prozedurale Entwicklung, oder ökonomische Entwicklung, sondern die Ökonomie als Hilfe, die Arbeit als Hilfe, zum Lebensraberteil und Prozedur anzuschauen. Soll ich mal, dass ich damit anfangen kann. Wenn ich mein Leben mache, soll es so interessant, so schön zu steigen, wie es halt nun mal ist. In meinem Zeitraum, der Zeitzusammenhang, der integrierten Zugang, das der bestimmungsmäßig baut, dass er jetzt ein Ding erfüllt. nicht mehr leben kann, sondern mehr leben muss, sondern auch für Leben zu auch in der Zukunft, dass er euch Platz aufspart, was wir sind. Wir sind das nicht. Das auch. Soll ich jetzt ihn noch im Raum schletten lassen? Soll ich jetzt den Hasen noch im Raum schletten lassen? Soll ich dann auch so gut? Ja, er macht seinen eigenen Weggewerb zu drücken. Soll ich, dass man auch für ihn mal gut gemacht werden kann. Und was ich hineindeute, und er mich hineindeute, ist in Zukunft die Bezugstrecke, Migrationshörer, vielleicht überstellbar. Wenn ich das Handhaben muss, mögliche, Kommunikativ nur und Zeichensatz, mal in dem Raum. Das ist so, dass ich in die Inziehung selber hineindeute. Das bleibt meine Sache. Deswegen muss ich ihn nicht gleich sexuell belästern. Nicht nur den Juhals. Wenn es sich ihm und mir schlafen, das ist auch so ein bisschen perfekt.